Hallo Jonas. Hallo Manuel. Herzlich willkommen zu Folge 6 unserer Einstiegsreihe. Nachdem wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, was für Kritiken es eigentlich an Bitcoin gibt und die etwas für euch eingeordnet haben, wollen wir uns in dieser Folge anschauen, was es denn noch für andere Kryptowährungen gibt und insbesondere auch, was der Unterschied zu Bitcoin ist. Und wie schon bei den letzten Folgen hören wir auf lange rumzulabern und einzuleiten, sondern fangen direkt an. Jonas, blick los. Dankeschön. Genau, wie du gesagt hast, wir haben in der allerersten Folge erklärt gehabt, was Bitcoin ist. Wir haben gelernt, dass es ein digitales Netzwerk ist. Es ist ein globales Netzwerk, es ist frei, jeder kann das nutzen. Und es ist wirklich, nochmal darauf hinweisend, es ist nur rein digital, eine digitale Kryptowährung. Das heißt, es gibt in der physischen Welt keinen Punkt, den ich irgendwie in die Hand nehmen kann. Und in diesem Netzwerk kann ich eben Werte untereinander verschicken und der große Unterschied dabei ist, in diesem Netzwerk sind die Menschen untereinander direkt verbunden, also ohne eine zentrale Instanz, wie zum Beispiel bei einem sozialen Netzwerk oder bei Banken. Deswegen, wer noch nicht reingehört hat, die erste Folge sehr, sehr wichtig. Jetzt geht man häufiger ran und guckt sich mal so auch eine Handelsplattform an, wo man Bitcoin kaufen kann und andere Kryptowährungen kaufen kann. Und plötzlich sieht man, da steht ja Bitcoin dran und dann kommt da drunter noch ungefähr 1.000, wenn nicht sogar 10.000 andere. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist denn der Unterschied dazu? Warum soll ich denn nicht die kaufen und warum sind die vielleicht nicht besser als Bitcoin? Und das wollen wir heute mal ein bisschen anschauen. Vor allem, was bei häufig passiert, wenn man gerade investieren möchte. Bitcoin steht bei einem Betrag, ich nenne es einfach mal 30.000 Euro. Das klingt ja sehr, sehr viel. Und jetzt sehe ich aber darunter eine andere Kryptowährung, die steht nur bei einem Euro. Und viele denken sich natürlich, ach, wenn der eine ist ja viel zu teuer, das andere ist ja viel billiger, dann kauft er lieber das billigere und kann damit mehr Geld machen. Und deswegen müssen wir uns mal ganz genau ein bisschen anschauen, wo denn da so die Unterschiede sind und warum man sich mit dem Bitcoin eigentlich mal als erstes beschäftigen sollte. Erstmal noch kurze Unterscheidung. Man liest häufig auch von dem Namen Altcoins dabei. Also man kann zwischen Bitcoin und Altcoins unterscheiden. Und Altcoins kommen vom Namen Alternative Coins, also alternative Münzen, so in der Art. Und das ist meistens so eine Abgrenzung zwischen Bitcoin und den anderen Kryptowährungen, sage ich mal. Und jetzt können wir uns mal anschauen, welche Besonderheiten Bitcoin denn selbst besitzt. Weil das Problem ist eigentlich, wir können uns das nicht natürlich alle 10.000 anderen Kryptowährungen angucken im Einzelnen. Dann würden wir in 13, 14, 15 Jahren noch hier sitzen wahrscheinlich, wenn ich jeden Einzelnen durchgehen müsste. Deswegen schauen wir uns mal an, welche großen Unterschiede es denn zwischen Bitcoin und den anderen Kryptowährungen gibt. Also der erste größte Unterschied, den ich nennen möchte, ist, dass Bitcoin die erste Kryptowährung war. Wie schon beschrieben, 2008, 2009 ist Bitcoin entstanden und ist seitdem auch die bekannteste Kryptowährung. Ich meine, alle hören also zum ersten Mal über Bitcoin. Und die anderen 10.000, vielleicht kennt man noch sowas wie Ethereum vielleicht oder Ripple oder Dogecoin. Je nachdem, wie man es mal gehört hat. Aber da gibt es noch tausende andere. Aber die größte, über die man spricht und die man auch in den Nachrichten liest, ist eben Bitcoin. Zudem ist es die vor allem größte, da ist am meisten Geld drin derzeit. Und es ist die Kryptowährung, die auch am meisten genutzt wird weltweit. Und so gesehen kann man davon sprechen, dass es sehr platzisch ist. Es ist also der Benchmark, so gesehen, daran orientieren sich alle anderen. Und der große Unterschied ist und der große Punkt dabei ist, dass Bitcoin organisch gewachsen ist. Wie wir in der ersten Folge ja beschrieben hatten, Satoshi Nakamoto, der Gründer, also die Gründer, wir wissen es ja nicht, war nur die ersten Jahre beteiligt und danach hat er es abgegeben an die ganze Community, an die Gruppe, wo er dann gesagt hat, okay, ich mache was anderes und ihr bitte kümmert euch darum, dass das Ganze weiterläuft. Und dadurch ist dieses Ganze organisch gewachsen, ohne eine Kontrollinstanz, also ohne jemanden, der das Ganze kontrolliert. Also heißt auch, am Anfang hat auch, muss man ehrlicherweise sagen, Bitcoin hat niemand beachtet. Bitcoin wurde nicht in den Medien beachtet, vielleicht mal zwischendrin mal geschrieben, sondern es wurde eher so im Untergrund beleuchtet und so eine kleine Gruppe hat Bitcoin angeschaut und vielleicht auch verstanden und das Ganze weiterentwickelt. Und der große Vorteil dabei ist nämlich, dass dadurch so ein rein dezentrales Netzwerk entstehen konnte, das wirklich von niemandem kontrolliert wird, das von keinem Staat kontrolliert wird, das von keiner Gruppe oder von keinem Unternehmen kontrolliert wird. Und vor allem, es gab keinen Angriffspunkt für außen von den Staaten oder von irgendwelchen Medien oder von irgendwelchen Institutionen, die das aufhalten konnten. Weil am Anfang, wie gesagt, hat es niemand beachtet. Und dann, nachdem dann Satoshi Nakamoto weg war, kam dann irgendwann die Aufmerksamkeit. Ja, und dann gab es aber niemand mehr, den ich anzeigen konnte. Weil wen will ich denn bei Bitcoin derzeit angreifen von außen und sagen, hey, beispielsweise Manuel, du bist Satoshi Nakamoto, bitte stopp deinen Code, deine Spielregeln, dein Netzwerkprotokoll. Und das gibt es ja nicht mehr. Und das ist so ein ganz, ganz großer Vorteil daran. Und deswegen konnte eben Bitcoin in diesem, wie gesagt, organisches Wachstum hinlegen bis heute. Und bis heute haben wir niemanden, der das Ganze kontrolliert. Und dadurch entsteht bei Bitcoin so eine große Zensurresistenz. Bedeutet, niemand kann eine Transaktion zurückhalten, niemand kann sie zurückweisen, niemand kann dir sagen, ob du teilnehmen darfst, niemand kann dein Guthaben irgendwie einfrieren oder entwenden. Und das ist ja, wie gesagt, der große Unterschied zum aktuellen Banksystem, wo ich ja immer wiederum irgendjemandem vertrauen muss. Und wie wir ja gelernt haben in den letzten Folgen schon, Vertrauen spielt bei Geld fast die größte Rolle überhaupt. Und diese Dezentralität und diese fehlende Kontrollinstanz ist auch natürlich auch dieser Vorteil oder eben die Auswirkung, dass diese Begrenzheit auf diese 21 Millionen auch wirklich eingehalten werden kann. Weil ja niemand diese 21 Millionen wirklich bestimmen kann, sondern alle Teilnehmer im Netzwerk selbst. Wie gesagt, ich erinnere an dieses Thema mit den Spielregeln. Wir haben das Monopoly-Spiel. Jeder macht seine eigenen Spielregeln draus. Und wenn ich was anderes mache, bin ich eben raus aus dem Spiel und ändere nicht das ganze Spiel an sich. Sondern ich müsste sagen, alle anderen müssten auch mitmachen und sagen, okay, wir spielen jetzt nicht links rum, sondern rechts rum. Und das ist natürlich der große Vorteil, dass Bitcoin eben auf diese begrenzte 21 Millionen hat und dadurch so als guter Wertspeicher funktionieren kann. Deswegen würde ich als erste große Besonderheit diesen Punkt des organischen Wachstums rausnehmen, der bei Bitcoin so einmalig ist. Dann würde ich nochmal ganz kurz anschließen, das möchte ich mich auch nochmal rausziehen, ich habe es gerade schon angesprochen, das Thema Vertrauen. Und da hat Bitcoin eben diesen riesigen Vorteil. Denn dadurch können im Netzwerk einfach diese Spielregeln nicht geändert werden. Es kann also erstmal ein Vertrauen darin entstehen. Das heißt also, die letzten 13, 14, 15 Jahre haben sich die grundlegenden Eigenschaften Bitcoins nicht geändert. Also diese 21 Millionen wurden nicht geändert. Die Anzahl der Bitcoin, die in jedem Block dazukommen, haben wir ja gelernt. Derzeit sind das jetzt 2023 noch 6,25. Es halbiert sich alle vier Jahre. Diese Spielregel, diese grundlegende Basis hat sich bis jetzt nicht geändert. Und wird sich, je nachdem wie man davon ausgeht, auch nicht ändern. Weil das die Grundlage dafür ist, dass die Menschen in Bitcoin glauben oder Bitcoin vertrauen, damit es wirklich eine gute Geldform ist. Und wie gesagt, wir haben es ja gelernt, eine gute Geldform muss dieses Vertrauen für die Menschen auch hergeben. Ansonsten hat das überhaupt keinen Sinn. Und dazu zählt auch, was man sagen kann, Bitcoin wurde noch nie, auch wenn es manchmal in den Medien noch falsch dargestellt wird, das Netzwerk selbst wurde noch nie gehackt oder erfolgreich angegriffen. Also von außen hat noch nie jemand dir von einer Bitcoin-Adresse einfach Bitcoin abgezogen, sondern die ganzen Hacks und diese ganzen kriminellen Tätigkeiten, die man so liest, waren immer nur auf den Plattformen, wo ich Bitcoin gekauft habe oder Bitcoin aufbewahrt habe. Wenn ich aber Bitcoin bei mir selbst aufbewahre, und da kommen wir dann, glaube ich, in der übernächsten Folge auch noch dazu, wie das funktioniert, oder in der nächsten Folge war es so rum, genau wie das funktioniert, ist da noch nie was passiert. Also es ist eine hohe Sicherheit dabei. Und dann kann ich, mit der hohen Sicherheit, kann ich meine Werte auch speichern. Und jetzt gibt es natürlich auch viele Stimmen, die sagen, ja, Bitcoin ist doch so das Älteste, das ist doch, da kommt danach noch was Neues, es wird besser, man kann es ja weiterentwickeln. Und da ist halt die große Frage, erstens, und das haben wir auch schon geklärt, ist Bitcoin nicht was komplett Neues? Die einzelnen Komponenten, die Bitcoin zusammenfügt, sind nichts Neues, sondern Satoshi Nakamoto hat es geschafft, unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Erfindungen noch zusammenzufügen zu einer einzigen Kombination, die jetzt genauso gut funktioniert. Also Bitcoin ist nichts Neues, sondern eine Weiterführung der bisherigen Entwicklung der 90er und 90er Jahre, sogar 1980er Jahre. Und deswegen ist Bitcoin, ja, kann man nicht Bitcoin von alt sprechen, sondern Bitcoin ist was ganz Neues. Und das Wichtige dabei ist nämlich auch, dass eben Bitcoin im Kern auf jeden Fall gleich bleibt, weil das dieses Vertrauen schafft, aber Bitcoin kann noch weiterentwickelt werden. Wir können nämlich auf Bitcoin Sachen aufbauen, das würde es wahrscheinlich zu weit führen. Man könnte auch darüber sprechen, dass Bitcoin zu langsam ist, aber auch das kann man ändern. Und das heißt also, dadurch, dass es ein Protokoll ist und ein digitales Protokoll ist, kann man natürlich das auch verändern und auch Dinge hinzufügen. Und das macht Bitcoin ja auch so veränderbar, dass wir es anpassen können an gewisse Bedingungen. Aber das ganz Wichtige ist, die Spielregeln im Grunde müssen gleich bleiben. Und das ist so, vereinfacht gesagt, das Wichtigste, würde ich mal sagen. Denn man vertraut dabei eben nicht einer einzelnen Menschen und auch keiner Zentralbank, wie wir es bei der Geldgeschichte gelernt haben, sondern wir vertrauen diesem Computernetzwerk, diesen Spielregeln und dass da diese Spielregeln auch eingehalten werden, weil es eben niemand Zentrales ändern kann. Und ja, das würde ich mal sagen, ist so der größte Punkt beim Vertrauen, dass es eben diesen Code gibt, der vorhersehbar ist, der transparent ist und dass diese Spielregeln auch eingehalten werden, damit das Vertrauen hoffentlich lang genug aufrechterhalten wird, damit wir Bitcoin auch als Geldform sehen können. Ja, da waren viele gute Punkte dabei. Für mich die drei Wesentlichen nochmal, die ich herausheben möchte. Zum einen, Bitcoin selbst wurde noch nie gehackt. Das ist wirklich wichtig, weil man liest halt leider häufig Gegenteiliges. Aber das ist dann nie so, dass Bitcoin selbst gehackt wurde. Das Bitcoin-Netzwerk selbst wurde noch nie erfolgreich angegriffen. Es können Börsen angegriffen werden. Das ist dann so, wie wenn eine Bank im Endeffekt angegriffen wird. Das hat auch nichts mit dem Euro zu tun. Also der Euro wurde jetzt, um im Bild zu bleiben, auch noch nie gehackt. Das wäre dann eine Bank. Und genauso ist es auch bei Bitcoin und den Börsen. Das andere, was ich sehr wichtig fand, Bitcoin scheint sehr neu. Und du hast ja gesagt, Bitcoin ist auch neu. Aber die Elemente, aus denen sich Bitcoin zusammensetzt, die gibt es eben schon länger. Also es ist nicht so, dass Satoshi Nakamoto, dieses Pseudonym, aus dem Nichts kam und jetzt die Welt komplett neu erfunden hat. Also er hat die Welt einerseits komplett neu erfunden, weil es sowas noch nie gab wie Bitcoin. Aber die Elemente, da konnte er sich eben anderer Puzzlestücke bedienen und hat die eben äußerst intelligent zusammengesetzt. Und der letzte Punkt, der für mich eben maßgeblich ist, durch diese Dezentralität können wir sicher sein, dass diese Eckpfeiler-Bitcoins genau so bleiben, wie sie sind. Und es gibt eben niemand, keine zentrale Stelle, die irgendwie eine Schraube drehen kann. Und dann gibt es vielleicht doch den 21 Millionen und einsten, den ersten Bitcoin, der darüber hinausgeht. Da können wir einfach sicher sein, weil wenn dieser Eckpfeiler fallen würde, wäre jegliches Vertrauen weg. Also das wird nicht passieren. Das sind so die drei Punkte, die mir da besonders wichtig sind. Und dann würde ich jetzt weitermachen mit der Verbreitung noch ein bisschen und der Weiterentwicklung, wie es gerade so aussieht. Wir haben vielleicht alles schon gehört, oder vielleicht nur nicht gehört. Ich meine, es gibt ja einige, die zuhören, die jetzt mit Bitcoin noch nichts zu tun haben. Es gibt einen Staat in Mittelamerika, El Salvador, die Bitcoin eben als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt haben. Das bedeutet, rein theoretisch muss dort jeder Händler Bitcoin als Zahlungsmittel vor Ort annehmen. Wir waren beide vor ein, zwei Jahren dort. Das ist wirklich auch der Fall. Das heißt, man kann dort zu den Restaurants gehen, in den Cafés gehen und kann da wirklich mit Bitcoin zahlen. Also erstes Zeichen, ein Staat hat schon wirklich Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Das heißt also, zudem gibt es jetzt dann die Ideen, möglicherweise Bitcoin ETFs aufzulegen. ETF haben wir ja gelernt. Das ist so eine Abbildung von einem, ja von einem Warenkorb, von einem Korb an Aktien normalerweise. Das Gleiche kann man aber auf Bitcoin auch machen. Das heißt, ich muss Bitcoin nicht direkt kaufen, sondern kann einfach nur an der Rendite partizipieren und kann das einfach mit einem Depot kaufen. Wobei, wie man Bitcoin kauft, da kommen wir dann auch noch in der nächsten Folge drauf dazu. Da werden wir noch genauer anschauen. Und es bedeutet also, der Markt, der Staat und die Finanzinstitute haben so ein bisschen schon entschieden, was denn für sie am interessantesten ist. Und das ist eben derzeit Bitcoin. Und dadurch entsteht eben Bitcoin als größte Kryptowährung und vor allem liquideste Währung. Das heißt also, da wird am meisten gehandelt und ich kann am meisten oder am schnellsten auch meine Euro, Dollar wieder in Bitcoin umtauschen und umwandeln, weil viele Menschen eben das möchten. Und der nächste Punkt ist, und das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, ist das Thema Regulation durch Staaten, Banken oder Finanzinstitutionen. Und es wird derzeit immer deutlicher, dass viele Banken oder auch Staaten anfangen, Bitcoin und gerade den Kauf von Bitcoin oder der Handel mit Bitcoin zu regulieren, damit eben auch größere Unternehmen oder auch Versicherungen einsteigen können. Und hier ist es wichtig, hier geht es zu 99 Prozent darum, dass es um Bitcoin geht und nicht um andere Kryptowährungen. Das heißt also, Bitcoin kommt langsam auch in dem großen Finanzbereich an. Und weil Bitcoin Besitz ja wirklich in dieser Nische war, das war eher für die kleinen Gruppen, die da ein bisschen was rumgespielt haben. Und jetzt kommen plötzlich auch größere Institutionen dazu, die vielleicht sogar Bitcoin als ernstzunehmende Alternative zu Gold oder auch andere Anlageklassen sehen können, weil es eben bestimmte Funktionen als Wertspeicher besitzt. Und das bedeutet natürlich auch, wie bei allen Themen, da wo das meiste Geld sitzt, wo die meisten Entwicklungen sind, da kommt auch das neue Geld am meisten auch hin. Und deshalb kann man von diesem Netzwerkeffekt sprechen. Das heißt also, Netzwerkeffekt bedeutet, wenn schon Dinge vorhanden sind und viele Menschen dabei sind, werden wahrscheinlich auch mehr Menschen wieder dazukommen, weil sie da eben den größten Mehrwert bekommen. Bedeutet also, dort habe ich die besten Möglichkeiten, etwas zu kaufen, wie jetzt Bitcoin zum Beispiel. Ich habe da die besten Möglichkeiten, irgendwas weiter zu entwickeln. Das heißt also auch, die Entwickler, die daran arbeiten möchten, bauen Lösungen für Bitcoin. Dann kommen Unternehmen dazu, die neue Dienstleistungen einführen möchten. Investoren unterstützen darum diese Unternehmen. Die gucken natürlich, wo habe ich die größten Chancen? Und die gucken natürlich dahin, wo das meiste Geld liegt. Und das liegt eben bei Bitcoin. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass umso größer Bitcoin wird, umso größer auch diese Anziehungskraft für Unternehmen, Fachkräfte und oder andere Institutionen werden kann. Und hier ist auch für mich also ein wahnsinnig wichtiger Punkt, da ja Bitcoin global agiert, kann jeder davon profitieren, wenn irgendwo auf diesem Planeten eine Neuerung entsteht. Das heißt also, wenn jemand jetzt in Asien eine neue Börse aufbaut, eine neue Dienstleistung, irgendwas Neues, was für Bitcoin interessant sein könnte, entwickelt, dann können wir in Deutschland auch davon profitieren, weil es ja offen ist. Wenn jetzt aber eine Bank zum Beispiel in Tokio etwas entwickelt, werden wir bei unserer Sparkasse wahrscheinlich nichts dafür mitbekommen erst mal. Es geht alles viel, viel langsamer. Und das ist so ein großer Punkt, warum Bitcoin so interessant ist und vor allem auch jeder bei Bitcoin mitarbeiten kann. Ich brauche keine, ich brauche erstens keine Zustimmung, dass ich mitmachen darf, also dass ich Bitcoin kaufen kann. Und zweitens brauche ich keine Zustimmung, dass ich auch an Bitcoin mitarbeiten kann. Also ich kann irgendwelche Programme bauen, Software bauen, irgendwelche Dienstleistungen aufbauen. Und das ist natürlich auch so ein ganz, ganz großer Vorteil dabei. Und deswegen würde ich jetzt zusammenfassen, Bitcoin ist die erste große Kryptowährung, also die erste überhaupt Kryptowährung gewesen. Das ist schon der erste große Vorteil und konnte dadurch eben organisch wachsen. Das sind so für mich die zwei größten Punkte, die man rausziehen kann. Und durch dieses organische Wachstum entsteht diese Dezentralität, also ohne kontrollierende Instanz und dadurch wiederum dieses große Vertrauen, was wir darin haben, dass wie du gesagt hast, diese Eckpfeiler, diese Spielregeln eben nicht sofort durch eine einzelne Person oder Gruppe geändert werden kann. Und jetzt kann man sich auf der anderen Seite anschauen, was machen denn die anderen Kryptowährungen überhaupt? Weil sie müssen ja eigentlich mit Bitcoin mithalten bei diesen genannten Eigenschaften. Genau. Sie müssen letztlich mit Bitcoin mithalten, um eben ein Konkurrenzprodukt sein zu können. Deshalb ist ja auch in der Außenwahrnehmung das häufig so, dass man eben diesen Oberbegriff Kryptowährung hat. Und unter diesem Oberbegriff sind dann eben die ganzen Altcoins, die du angesprochen hast und eben Bitcoin. Unserer Meinung nach ist das nicht ganz richtig. Das Fass wollen wir nicht aufmachen. Aber theoretisch, um Bitcoin schlagen zu können, müssen sie natürlich in gewisser Weise besser sein. Bitcoin ist aber aufgrund der von dir genannten Eigenschaften letztlich der stärkste Magnet in dem ganzen Becken, der wirklich alles anzieht. Das ist egal, ob das Kapital ist in Form von beispielsweise El Salvador, das eben Bitcoin jetzt als gesetzliches Zahlungsmittel etabliert hat. Oder institutionellen Anlegern oder Vermögensverwaltern. Also das eine bedingt ja das andere. Oder auch weg vom Kapital hin zu den Entwicklern. Also es ist wirklich so, dass da sehr viele schlaue Köpfe, sehr viele kluge Köpfe Interesse daran haben und eben versuchen, dieses Projekt Bitcoin weiter voranzutreiben. Was man aber fairerweise sagen muss, dieser Bitcoin ETF, der jetzt in den Startlöchern steht, ist jetzt nicht ganz exklusiv, weil es gab auch Ideen, beispielsweise für Ethereum, also die zweitgrößte Kryptowährung, auch einen ETF an den Start zu bringen. Aber das kommt vermutlich, würde ich mal sagen, aus so einer Diversifikationsidee heraus, die eben so die klassischen Kapitalanleger haben. Wollen wir nicht weiter ins Detail gehen, sondern es jetzt mit den anderen Kryptowährungen auseinandersetzen. Genau, vielen Dank für den Hinweis noch. Das habe ich jetzt leider vergessen gehabt, aber das stimmt, das ist richtig. Und die Diversifikation ist natürlich ein großes Thema, aber da kommen wir, glaube ich, ein bisschen mehr darauf, wenn wir über das Thema Bitcoin kaufen sprechen. Da können wir nochmal drauf schauen, was da zu empfehlen ist. Genau, wie du gesagt hast, wir schauen uns mal die anderen Kryptowährungen an und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wir können jetzt nicht alle anderen 1.000, 5.000 genau anschauen. Deswegen möchte ich eher den Blick darauf werfen, an welchen Punkten sie denn, wie mit Bitcoin mithalten müssten oder was sie machen müssten, um sie irgendwie mit Bitcoin-Konkurrenz zu treten. Denn als erstes möchte ich sagen, wenn ich als Kryptowährung antrete und sage, ich bin auch eine Geldform, dann stehe ich automatisch mit den monetären Eigenschaften Bitcoins, die wir schon angesprochen haben, Begrenztheit, Teilbarkeit, dieses digitale Transaktion, global, frei etc., nicht zensierbar, stehe ich automatisch im Wettbewerb mit Bitcoin. Und dann muss ich, wie gesagt, wenn der Markt das entscheiden darf, wenn du alleine entscheiden darfst, muss eben diese Kryptowährung 2, sage ich jetzt einfach mal, wenn sie als Geld agieren möchte, gegenüber Bitcoin besser sein, damit du sie nutzen würdest. Und deshalb kann man sich da die Frage stellen, ist sie denn genauso dezentralisiert? Werden diese Regeln genauso eingehalten wie über Bitcoin? Ist dieses Vertrauen da? Ist die Begrenztheit vorhanden? Können irgendwelche Transaktionen zurückgenommen werden? Können die blockiert werden? Können Guthaben eingefroren werden? Das heißt also, sie müssen auf jeden Fall besser sein bei diesen Punkten. Und hier ist der Fall, dadurch, dass eben Bitcoin offen ist und frei ist, heißt es auch, dass eigentlich theoretisch mit ein bisschen Know-how jeder seine eigene Kryptowährung auch herstellen kann. Weil viele von diesen Altcoins oder diese anderen Kryptowährungen sind ehrlich gesagt nur Kopien und Imitate dieses Codes oder dieser Spielregel Bitcoins. Das ist kein Problem, weil ja die Spielregeln öffentlich verfügbar sind, kann ich sie auch nehmen, kopieren und vielleicht etwas daran ändern. Das ist genau das Gleiche, wenn ich sagen könnte, ich kann ja theoretisch das Monopoly-Spiel nehmen, bauen wir mein eigenes Spielfeld auf und spiele halt anstatt rechts rum, spielen wir bei uns links rum zum Beispiel. Kein Problem, kann man aber machen. Und deswegen sind die meisten davon, wenn man ehrlich ist, sind an Bitcoin angelehnt oder nur leicht abgewandelt. Und das Wichtigste ist jetzt dabei, wenn wir mit Bitcoin das Ganze vergleichen, um wirklich dezentral zu sein, ohne dass wirklich eine Kontrollinstanz dahintersteckt, die irgendwie angegriffen werden kann, die irgendwie zur Verantwortung gezogen werden kann, muss im besten Fall diese Kryptowährung keine Gruppe im Hintergrund haben, kein Unternehmen oder auch keine Einzelperson, die das erstellt hat. Und das ist natürlich schwierig, weil alle anderen Kryptowährungen sind nach Bitcoin entstanden. Und wie gesagt, Bitcoin ist organisch gewachsen, weil es noch keine Aufmerksamkeit gab. Damals gab es ja nur eine kleine Gruppe, die mit Bitcoin was gemacht hat, die an Bitcoin gearbeitet hat. Und danach kamen erst die restlichen. Das heißt also, war das schwierig, so wie bei Satoshi Nakamoto, nochmal das Gleiche zu machen, zu sagen, hey, hier, übrigens war das gebaut, ich gehe jetzt, bitte macht für mich alleine weiter. Das wird immer schwieriger dadurch mit der Zeit und dadurch hat es eigentlich keines dieser Projekte. Ich will jetzt nicht komplett über einen Kamm scheren. Es kann schon sein, dass da was dabei ist, aber in der Größe Bitcoin gibt es kein anderes. Gibt es kein anderes, das wirklich so ein Wachstum hingelegt hat, das wirklich organisch war, ohne zentrale Instanz. Das heißt, da haben wir schon mal die ersten Unterschiede, die man dazu braucht, um Bitcoin mitzuhalten. Denn meistens sind diese Projekte eben mit einer Gruppe dahinter. Ich meine, jetzt nehmen wir jetzt einfach Ethereum, wie du es gerade genannt hattest, das ist die zweitgrößte. Dahinter kennen wir zum Beispiel die Person, die dahinter steckt. Vitalik Buterin, vielleicht schon mal gehört, kann sein. Und dahinter steckt auch eine Foundation, also eine Gruppe, eine Organisation, die das Ganze so ein bisschen leitet. Und hier möchte ich auch nicht für alle sprechen, aber man muss natürlich dann hier gucken, wie groß ist der Einfluss von dieser Organisation auf diese Eckpfeiler, Spielregeln, dieser Kryptowährung. Weil, wenn die Kryptowährung Geld sein möchte, geht es um das Vertrauen und dann muss jeder selber entscheiden, was ist mir wichtiger. Inwiefern diese Organisation eingreifen kann oder über Bitcoin, dass es gar niemanden gibt, der etwas eingreifen kann. Und das ist natürlich sehr interessant. Und wenn man eben dann so eine Kryptowährung hätte, wo es eine zentrale Instanz gibt, die etwas verändern kann, die etwas entscheiden kann, dann muss man ehrlicherweise sagen, dann habe ich doch insgesamt keinen großartigen Fortschritt gegenüber dem aktuellen Geldsystem, was wir jetzt schon haben in dem Euro, weil auch dort vertraue ich in der zentralen Instanz. Dann brauche ich diese Kryptowährung, naja, wegen vielleicht digitalen Transaktionen kann ich sie verwenden, aber einen wirklichen Mehrwert, den ich haben möchte, gibt es nicht so wirklich. Und daher liest man häufig auch bei diesen Altcoins, anderen Kryptowährungen, dass es diese Marketingmaßnahmen gibt. Viele reden darüber, es gibt irgendwelche, ja, es gibt irgendwelche, sogar Werbemaßnahmen, es gibt teilweise sogar im Fußballstadion, habe ich schon gesehen, oder bei anderen Sportveranstaltungen, Werbemaßnahmen von einem bestimmten Coin alleine. Und weil man halt so ein bisschen, wenn man ehrlich sein muss, den Menschen, ja, den Mehrwert zeigen muss und sich überzeugen muss, dass diese Kryptowährung besser ist als zum Beispiel andere. Und wie gesagt, bei Bitcoin gibt es keine Marketingmaßnahmen, weil für Bitcoin gibt es keine Marketingabteilung. Gibt es ja nicht, weil es keine zentrale Organisation gibt, es gibt keine Gruppe, die irgendwie sagen könnten, Manuel, du bist unser Marketingabteilungsleiter jetzt, du baust für uns eine Werbung auf. Gibt es ja nicht. Aber was man hier auf jeden Fall noch mit reinnehmen muss, es gibt natürlich Kryptowährungen, die jetzt direkt sagen, sie konkurrieren nicht mit Bitcoin, weil sie jetzt sagen, wir sind kein Geld, sondern wir haben andere Anwendungsfälle. Zum Beispiel gibt es sowas wie Smart Contracts, hat man vielleicht auch schon mal gehört, so intelligente Verträge, die dann automatisch ausgeführt werden. Dann würden sie wahrscheinlich eher mit Bitcoin nicht mehr so mit als Geldform konkurrieren. Das wäre dann aber für mich eher eine Art Fintech, also so eine Finanzdienstleistung, die eher was wieder mit dem zentralen System zu tun hat. Aber auch hier müsste man sich das genauer anschauen. Aber wenn man sich das genauer anschaut, immer dann, wenn es darum geht, dass ich irgendwie einen Wert irgendwo rein speichern muss, auch in so einem Vertrag oder wenn ich was verschicke, bin ich automatisch in Konkurrenz mit Bitcoin als Geld. Und der nächste Punkt dabei ist, dass auch eben viele Dinge auf Bitcoin auch noch aufgebaut werden können, diese Anwendung, die auch andere Kryptowährungen haben, die was auch immer können. Aber bei Bitcoin eben halt der Fokus darauf gelegt wird, dass diese monetäre Eigenschaften wie die Begrenztheit, wie du gesagt hast, diese Eckpfeiler, dass die stabil bleiben und der Rest kommt möglicherweise später. Und deswegen würde ich als Abschluss sagen, Bitcoin ist wirklich so dieser Benchmark, so dieser Platzhirsch, der da ist. Und an diesem, mit diesen sehr, sehr guten Eigenschaften als Geld, müssen sich eigentlich alle anderen Kryptowährungen messen lassen, wenn sie als Geld fungieren möchten, was wahrscheinlich 90 Prozent der anderen Kryptowährungen machen wollen. Und dann muss ich eben, müssen diese Eigenschaften den größeren Mehrwert bieten als bei Bitcoin. Und dann kann sich eigentlich jeder Mensch selbst davon überzeugen oder entscheiden, welches von diesen Bitcoin oder einer von den anderen 10.000 er nehmen möchte. Und das ist für mich so der Abschluss von diesem ganzen Thema, wenn ich Bitcoin und andere Kryptowährungen anschauen möchte. Ja, es steht selbstverständlich jedem frei, ob man jetzt in Bitcoin spart oder in andere Kryptowährungen investieren möchte. Wichtig ist, finde ich, was du rausgearbeitet hast, dass es natürlich andere Kryptowährungen gibt, hinter denen dann aber Unternehmen stehen. Und diese Unternehmen haben natürlich gewisse Interessen. Und diese Interessen werden eben in die Öffentlichkeit getragen, mittels Marketingbudget, mit Marketingkampagnen. Teilweise ist es so, dass sich da dann auch dritte Organisationen in Anführungszeichen vor den Karren spannen lassen. Zum Beispiel gab es zwei Marketingkampagnen habe ich gerade im Kopf gegen Bitcoin über Greenpeace forciert von einer anderen Kryptowährung. Also da steht XRP dahinter beziehungsweise hinter XRP steht ja dann wiederum Ripple. Aber da war auf jeden Fall ja Greenpeace nicht allein, sondern war möglicherweise eben intensiviert durch eben Ripple. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir gar nicht in Abrede stellen möchten, dass es Unternehmen gibt, diese Fintechs, wie du sie genannt hast, die möglicherweise eine tolle Idee haben und auch hinter der Idee stehen. Aber es ist dann halt das, was es ist, nämlich ein Unternehmen im IT-Sektor, das eben irgendwas verändern möchte. Aber es ist kein Geld, kein dezentrales Geld wie jetzt eben Bitcoin. Und genau, das sind die zwei Hauptmerkmale, die ich nochmal betonen wollte. Und dann möchte ich jetzt in den letzten Minuten noch kurz drauf schauen, was es in Zukunft so bringen könnte. Wir haben bei dir in dieser Geldgeschichte Folge Nummer 3 war das bei dieser Einsteigerei gelernt, dass Geld immer so zu einer Geldform tendiert, wenn es auf einem freien Markt ist. Und bisher war das in unserer Menschheitsgeschichte eben Gold, weil Gold bisher die beste Kombination dieser Eigenschaften, der monetären Eigenschaften, Begrenztheit, Tauschmittel, Rechnungseinheit etc., was wir damals gelernt hatten, eben sich ja dann durchgesetzt hat auf einem freien Markt, ohne dass zum Beispiel ein Staat gesagt hat, liebe Bevölkerung, Gold ist das neue Ding, was ihr benutzen müsst, sondern die Menschen haben aus sich heraus, also so ist die Theorie, sind für sich selbst entschieden. Und das Gleiche ist auch bei Kryptowährungen ja der Fall. Auch hier gibt es jetzt tausend Möglichkeiten, sich das auszusuchen. Auch hier ist es natürlich die Frage, wo bietet das meiste Potenzial, woran kann ich am meisten, woran vertraue ich am meisten und wohin möchte ich meinen meisten Arbeitsaufwand stecken. Und die Frage ist halt auch, Bitcoin ist wirklich eine völlig neue Geldform. Sowas gab es noch nie, sowas wird vielleicht auch nie wieder geben. Das heißt also, die Menschen müssen sich erstmal entscheiden oder erstmal merken, was steckt eigentlich dahinter, was für einen Wert hat das Ganze eigentlich und ja, ist es dann wirklich, wie wir glaube ich in der Folge davor angesprochen haben, ist es vielleicht auch eine Blase. Das wissen wir auch nicht, weil es einfach die meisten Menschen noch nicht richtig einordnen können. und trotzdem muss man jetzt sagen, Bitcoin besitzt eben die besten monetären Eigenschaften aller Kryptowährungen. Das ist einfach, wenn man es mal runterbricht, würden jetzt die meisten wahrscheinlich zustimmen, vor allem, weil es einfach die älteste ist. Es hat keine, bis jetzt, wie du gesagt hast, alle Angriffe bisher standgehalten und es hat vor allem das erste Mal so eine wirkliche, vollkommene digitale Begrenztheit geschaffen. Und jetzt muss man sich fragen, Geld kann von Unternehmen, Einzelpersonen, Privatpersonen immer nur in einer Anlage, Klasse gespeichert werden. Ich kann ja, wenn ich jetzt einen Euro verdient habe, den kann ich nur einmal irgendwo hinschieben. Ich kann das auf meinem Girokonto lassen, ich kann Gold kaufen, ich kann Aktien kaufen, ich kann Bitcoin kaufen und jetzt muss ich selber die Frage stellen, wenn ich jetzt die Auswahl habe, ich habe einen Euro oder eine Einheit und ich möchte eine Kryptowährung kaufen, um mich zu diversifizieren und aus diesem aktuellen System, von diesem aktuellen Finanzsystem rauszugehen, welche werde ich nehmen? Und diese Frage muss ich ja selbst beantworten, ob ich dann jetzt in Bitcoin gehe mit den bestimmten Eigenschaften, die wir erklärt haben oder eben in andere Kryptowährungen und bisher ist eben der Fall, dass die meisten Menschen sich dafür entschieden haben, in Bitcoin das Geld zu stecken. Und genauso werden, wie gesagt, weitere Entwicklungen auf Bitcoin stattfinden, wie du gemeint hattest, ja diese Fintechs, die ich genannt hatte, gibt es derzeit, die sind aber meistens auf Bitcoin auch möglich, aber wir fokussieren uns ja erstmal auf diese monetären Eigenschaften und deswegen möchte ich zum Abschluss auch sagen, die Empfehlung, wir können jetzt nur eine Empfehlung aussprechen, keiner muss es ja nachfolgen, aber unsere Erfahrung, die letzten fünf bis sieben Jahre jetzt dann, fangt mit Bitcoin an, lest euch da gut ein, wenn es euch interessiert und dann könnt ihr immer noch schauen, ob euch die Altcoins immer noch interessieren, die anderen Kryptowährungen, denn erstmal sollte ich, denke ich mal, sollte man verstehen, wenn es um Geld geht und darum geht es bei Kryptowährungen, sollte man erstmal verstehen, welche Eigenschaften denn so die größte Kryptowährung, also Bitcoin besitzt und wenn man dann noch das Gefühl hat, ich bin jetzt schon durch und das interessiert mich noch, dann schau gerne mal noch andere Kryptowährungen an, damit kann man sich auseinandersetzen, weil das Interessante dabei ist, wenn man sich einmal diese Grundlagen angeschaut hat und so ein Fundament gebaut hat, dann kann man relativ schnell auch andere Kryptowährungen besser einordnen und gucken, da fehlt jetzt der Teil, der Teil ist vielleicht ein bisschen besser, dafür fehlt der Teil und dann kann man natürlich auch besser einschätzen, welche Dinge man da reinbeziehen sollte und was man denn auch gerade beim Thema Geld beachten sollte und dann kann man sich, glaube ich, viel, viel besser in der Entscheidung treffen, wo möchte ich denn mein Geld hinpacken, wenn ich etwas übrig habe und vor allem mich entschieden habe, Kryptowährungen zu kaufen. Ja, bin ich voll bei dir, also ist auch mein Rat an alle. Wie gesagt, wir wollen niemanden absprechen, sich mit anderen Kryptowährungen auseinanderzusetzen, aber fangt wirklich mit Bitcoin an, schafft euch ein zumindest solides Basiswissen drauf und mit diesem Basiswissen könnt ihr gewisse Eigenschaften anderer Coins, Altcoins, viel besser beurteilen und einordnen, als ihr es ohne dieses Basiswissen eben können würdet. Und diese digitale Begrenztheit, die du genannt hast, ist eben einmalig, ich würde sogar weitergehen und sagen, diese absolute Begrenztheit von Vermögenswerten gab es so noch nie, selbst wenn wir einfach mal klassisch uns noch Gold kurz anschauen oder Immobilien. Immobilien kann man problemlos neues Bauland erschließen, also daran wird es nicht scheitern, auch wenn der Boden der Welt natürlich auch eine Form von Begrenztheit hat, ist aber im Verhältnis eine ganz andere Kategorie und Gold ist selbstverständlich auch begrenzt, aber was würde passieren und ich übertreibe jetzt bewusst, wenn wir zehnmal so tief in die Erde bohren könnten, möglicherweise gibt es neue Goldvorkommen, um nur ein Beispiel zu nennen. Also diese absolute Begrenztheit ist wirklich einmalig und ja, das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich über Bitcoin nachdenke. Ja, genau. Dann würde ich zum Abschluss sagen, einfach, wenn ihr das Thema angeht mit ich möchte jetzt mal Bitcoin kaufen oder Kryptowährung kaufen, lasst euch von diesen Preiszahlen nicht einschüchtern oder verwirren. Wie gesagt, das sind nur Zahlen und auch Bitcoin, nochmal auch hier der Hinweis, ihr müsst keinen ganzen Bitcoin kaufen, sondern ihr könnt Unteranteile kaufen, ihr müsst keine 30.000 Euro für einen Bitcoin ausgeben, und ihr könntet auch ein Zehntel kaufen, sogar noch weniger. Genau, das wollten wir euch nur mitgeben, dass es andere Kryptowährungen gibt, das darf man nicht, da darf man sich die Augen nicht verschließen, aber wie gesagt, erst mal Bitcoin anschauen und danach, wenn man Zeit hat, wenn man danach noch Zeit hat, weil Bitcoin ein großes Thema ist, dann kann man sich gerne noch andere Kryptowährungen angucken. Genau, und wir werden euch natürlich auch noch andere Folgen dazu noch verlinken, auch noch Artikel vielleicht, die ganz interessant sind, wenn man sich ein bisschen tiefer einlesen möchte in dieses Thema und ansonsten würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge und jetzt in den nächsten Folgen geht es dann langsam so ein bisschen die Praxis, wie man es aufbewahrt und vor allem auch, wie man Bitcoin kauft. Genau, nur noch eine bitte zum Abschluss, wir freuen uns natürlich, wenn ihr unserem Podcast eine Fünf-Steine-Bewertung hinterlasst und wenn ihr die Folgen auf YouTube anschauen solltet, dem Video einen Daumen nach oben gebt, auch hier eben unseren Kanal abonniert und sehr gerne auch einen, im Idealfall, positiven Kommentar hinterlasst. Genau. Dann bis zur nächsten Folge. Alles klar. Ciao. 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 Ciao.